Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Wir zeigen euch heute wieder die Zusammenfassung einer unserer Partien im Rivals-Modus von FC24. Schaut euch das Spiel in Ruhe an, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.